So, herzlich willkommen heute am 14.12.2021 zu einem kleinen Video, in welchem ich mal wieder eine kleine Präsentation für die Arbeitsweise des Batmaster Tools machen möchte und euch etwas zeigen möchte, auch das Verständnis natürlich immer weiter anwachsen lassen und natürlich den Nutzwert des Tools, was ihr in der Beschreibung finden könnt bzw. den Zugang euch selbst sichern könnt. Da ist eine ganze Menge schon ziemlich gut, was funktioniert und was eben hier am Wettmarkt absolut konkurrenzfähig ein super Produkt darstellt, mit welchem man eben prinzipiell Quoten berechnen kann und also Eintrittswahrscheinlichkeiten im Kehrwert, die Quoten und diese am Wettmarkt zum Vergleich stellen kann und damit natürlich nach Möglichkeit auch tatsächlich ein bisschen Geld verdienen kann. Ob man davon leben kann, das sind wieder ganz andere Fragestellungen natürlich, aber jeder wäre natürlich froh, wenn er sein monatliches Budget ein bisschen aufbessern könnte. Aber so weit gehen meine Versprechungen gar nicht. Die Erklärungen sind aber nicht nur natürlich hoffentlich hilfreich, nützlich, stichhaltig, nachvollziehbar, anwendbar und letztendlich natürlich auch zur Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit und für das Tool und seine Effektivität geeignet. Hoffen wir mal. So, eine der zentralen Größen sind also zum Beispiel diese Event-Parameter und insofern möchte ich hier mal eine genaue Aufklärung darüber geben und das ist also auch für jeden, der mit dem Tool schon arbeitet oder vielleicht damit arbeiten möchte, dann natürlich später eine wichtige Vergleichsgröße, mit der man tatsächlich dann eine Menge auch selbst steuern lernt. Und die kleine Einführung in das Prinzip, also jedes Event hat seine eigenen Parameter. Der Badmaster entfaltet seine wahren Stärken speziell im allerdings allgegenwärtigen Liga-Betrieb. Das heißt also, wir wetten am liebsten eben dann, wenn Bundesliga, Premier League, Serie A und so weiter die großen Ligen spielen, aber auch die kleinen können wir spielen. Wenn wir Europameisterschaft haben oder Champions League oder diese Wettbewerbe, DFB-Pokal, da wird es etwas schwieriger. Und wer das trotzdem möchte, kann zwar was machen, aber da ist das Tool eben längst nicht so gut für geeignet. Jeder spielt gegen jeden, das also als Begründung, warum das Liga-Betrieb so gut ist. Jeder spielt gegen jeden, fast allen Ligen, mindestens einmal zu Hause, einmal auswärts. Das ist halt auch wichtig. Das macht den Badmaster mit seinen Algorithmen gerade in diesem Modus so stark. Man kann die Mannschaften daher im Vergleich bestmöglich bewerten. Die Spielstärken, auf denen alles basiert, ihr könnt ja eben auch in anderen Videos dann sehen, wenn ich konkret damit arbeite, auch in meinen Streams natürlich herzlich willkommen. Die Spielstärken bestimmen sich im Wettbewerb im Wesentlichen aus den erzielten und den kassierten Toren. Das finde ich natürlich das absolut logische Prinzip, was zählt im Fußball, die Tore. Klar kann man sagen, dass 2-1-4-0 macht keinen Unterschied für die Tabelle so zwingend. Aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, wenn man halt 4-0 gewinnt. Nicht nur, dass man keine Sorgen hat, aber auch die Tore zählen natürlich ein bisschen. Aber letztendlich würde man natürlich die Spielstärke, woran soll ich sie sonst gewinnen? Ja, sie haben gewonnen. Ja, wie denn? 2-1. Oh, das war aber knapp. 4-0, ach, klare Sache. Also das würde man immer mitbewerten müssen. Und natürlich gleichen sich die Dinge aus. Also wenn eine Mannschaft deutlich besser ist, gewinnt sie halt mal höher, mal knapp, mal vielleicht auch gar nicht. Aber in der Summe wird sie dann ungefähr gegen alle Teams schon das erzielt haben, was ihrer Erwartung entspricht. Immerhin hat jede Mannschaft diese Werte aus Spielen gegen alle Mannschaften aus dem gleichen Bewerb in ausgewogener Anzahl Heim- und Auswärtsspielen insgesamt erzielt. Also das ist insofern ja sowieso ein guter Gradmesser dafür, wie gut sie sind. Natürlich mal versagt der Sturm und mal trifft er drei-, viermal oder so. Aber insgesamt wird es schon und kassiert die Abwehr natürlich auch mal mehr, mal weniger und so weiter. Die erste Näherung an eine Spielstärke ist insofern immer gegeben durch die erzielten Tore und die kassierten Tore. Also wenn ihr da was händisch einstellen wollt, könnt ihr immer aktuelle Werte aus der letzten Saison oder was auch immer die Summe nehmen und dividieren. Das Tool wird aber meistens in der Nähe dieser Werte schon liegen. So, die Summe der beiden Werte gibt die Anzahl und damit den Schnitt der Tore an, die von dieser Mannschaft im Wettbewerb zu erwarten sind. Das ist auch immer wichtig, dass man sagt, bei der fallen 2,8, bei der 3,2. Also die ist mehr over, die etwas mehr egal, ob sie kassieren oder schießen. Das ist für die Torsumme dann erstmal unerheblich. Der Quotient von erzielten durchkassierten Tore misst genauso in erster Näherung die Spielstärke in einem einzigen Wert. Sonst muss man mal sagen, wie gut sind sie denn? Naja, zwei Tore schießen sie pro Spiel. Aha, das ist ja ziemlich gut. Wie viel kassieren sie denn? 1,5. Ach so, ist nicht ganz so gut. Also dann ist es eben als Quotient angegeben und so wird auch sortiert im Ranking. Also immer der Quotient wird als Sortierkriterium genommen. Man kann sich also da ein Bild machen, ist jetzt Frankfurt besser, Hoffenheim, Leipzig oder Dortmund oder wisst ihr, was ich meine, Wolfsburg gegen Gladbach, wer ist da besser? Bielefeld oder Bochum und so weiter. Da kann man eben dann das Ranking anhand dieser Quotienten erstellen. Die grundsätzliche Arbeitsweise im Badmaster, gehen wir mal vom Fall einer Erstinitialisierung im Tool aus und einer solchen Vorsaisonstart. Klar, wenn man während der Saison jetzt einen Einstieg, geht es auch, kann man auch die Initialisierung durchlaufen lassen. Man kann jetzt auch so tun, als ob man vor der Saison initialisiert und dann die Spiele abschließen. Aber gehen wir jetzt mal einfach davon aus, dass wir jetzt vor der neuen Saison sind. Man hat also pro Wettbewerb idealerweise und für die Präsentation ja ausschließlich so angenommen Ergebnisse aus der Vergangenheit. So, anhand dieser Ergebnisse lassen sich die Spielstärken schon recht gut bestimmen nach den vorher genannten Quotienten und Summenbildungen. Also die beiden Werte werden halt gespeichert. Wie viele Tore schießen Sie in der Erwartung? Wie viel kassieren Sie in der Erwartung? Was ich ableite aus den vorher erzielten und kassierten Tore? Die im Tool vorgesehene Gewichtung, diese ist für die Initialisierung einstellbar, sorgt dafür, dass man die Möglichkeit bekommt, länger zurückliegende Ergebnisse geringer zu bewerten, was einem schon vernünftig erscheinen müsste. Die exakten Gewichtungen kann man selbst festlegen, es gibt aber auch Vorgaben. Also da sind immer schon Werte eingetragen, wenn ihr reinkommt ins Tool. Und ihr könnt aber die auch verändern, wenn er sagt, ja die letzte Saison fünffach und die davor nur zweifach und die davor eins für eins oder die dann gar nicht oder so. Dass man sagt, ja was hat das für eine Rolle vor drei Jahren, wie sie damals gespielt haben. Im Prinzip trägt alles ganz gut bei, die Abweichungen werden auch nicht so groß sein. Das kleine Problem besteht weiterhin und zu jedem Zeitpunkt mit Aufsteigern und in unteren Ligen mit Absteigern, wo eben von Mannschaften von oben und von unten reinkommen, dann hat man immer eine kleine Aufgabe. Hier kann man keine klare Faustformel angeben. Ich habe natürlich meine Arbeitsweise über die Jahre so schon, also da gewöhnt man sich dran. Man kennt natürlich dann auch gewisse Aufsteiger, andere kennt man weniger, sagt man es eher klein, klein, unbedeutend, wenig Geld, wie auch immer. Die Teams werden vom Tool ausgangs so bewertet, wie die Auf- und Absteiger in den Vorgängerjahren gespielt haben. Das ist also auch eine sehr gute Näherung, weil man eben sagt, ja wie gut ist denn ein Aufsteiger? Na so wie alle 20 Aufsteiger aus den letzten zehn Jahren, vielleicht in etwa. Falls man hier etwas besser weiß, dann sollte man diese Werte aber für die Teams einzeln anpassen. Nur um ein Beispiel zu geben hier, wenn ein Traditionsverein, ein Verein, der viel Geld investiert hat, zum Beispiel aufsteigt, Beispiel wären Leipzig oder Stuttgart in der ersten Bundesliga in den letzten Jahren, dann kann man oftmals die Werte schon am Anfang höher stellen, die Vereine einfach stärker bewerten. Eben abweichend von dem, wie ein Standardaufsteiger spielt, sagt man gleich, du Leipziger weiß ich gleich, die werden überschnitt sein, die werden gleich mit vorne landen. So, die grundsätzliche Arbeitsweise des Tools Teil 2. Für den Heimvorteil und den Toreschnitt gilt, das Tool orientiert sich auch hier an Vorgängerjahren. Für den Heimvorteil wird empfohlen, diesen pro Team vor Saisonbeginn auf den allgemeinen Ligaschnitt zu setzen. Da gibt es halt dieses Shaping des Heimvorteils und das habe ich halt auch in Videos gezeigt. Hier soll es ja ein bisschen mehr verbal und logisch begründet werden. Die Gründe hierfür, meist haben die Mannschaften nach einer längeren Pause schon vergessen, ob sie heimschwach oder heimstark waren, falls sie das in der Vorgängersaison waren. Viele Mannschaften verändern ihr Gesicht, sowohl im Kader als auch im Vorstand und vor allem auf der Trainerbank. Also da sind immer Spielerwechsel, Trainerwechsel und so weiter an der Tagesordnung. Wenn die Tabellen alle auf Null zurückgesetzt werden, gilt das auch für die Einstellung der Spieler, der Trainer, der Zuschauer. Das ist auch wichtig, der Teams generell, alles steht auf Null, machen wir das Beste draus, keine Altlasten. Also da ist es auch klug, wenn man sagt, vergiss doch, Mensch, letzte Saison habt ihr keinen Heimsieg oder nur zwei und sechs Mal verloren oder sowas. Eine Mannschaft von unten vielleicht. Diese Saison, jetzt ist alles auf Null, zack, jetzt machen wir einen Schnitt und fangen nochmal neu an. Und dann funktioniert das halt auch. Und insofern sollte man die Werte zurücksetzen, das ist meine Empfehlung. Der Wettmarkt bewertet das auch so, ob aus Bequemlichkeit oder aus allgemeinem Unwissen ist hier nicht bekannt, aber auch ziemlich irrelevant. Also wenn man das mit dem Wettmarkt vergleicht, da könnte man theoretisch was rausholen, wenn man sagt, ich weiß doch, dass die heimstark sind. Das ist schon seit zehn Jahren so. Kann man manchmal machen und gilt auch vielleicht für manche Mannschaften. Aber am Wettmarkt wird es eben auch gemacht. Das heißt also, wir würden Abweichungen provozieren und dann müssen wir eben auch beweisen, dass wir damit gewinnen können. Wenn wir das gleich machen, so wie ich es hier empfohlen habe, dann haben wir weniger Abweichungen. Auch beim Toreschnitt kann man so vorgehen, alle Teams auf den Ligaschnitt setzen. Das ist gerade bei unteren Ligen sehr empfehlenswert, weil da verändert sich noch mehr. Aber was die Anzahl der erwarten Tore bei den oberen Ligen, kann man sagen, so Mannschaften wie Bayern, München, Juventus oder halt so Top Liverpool, wisst schon, Manchester City, da gibt es immer einen kleinen oder Real Madrid, Atletico. Immer so ein bisschen charakteristisch, da gibt es mehr Tore, bei denen weniger. Dann kann man das bei den Mannschaften manchmal so lassen oder bei den unteren Ligen sowieso eher gleichsetzen und den oberen schon ein bisschen kritisch manchmal gucken, aber vielleicht individuell ein bisschen anpassen und so weiter. Aber hier ist, wie gesagt, ein bisschen theoretisch. Man sagt, ist mir zu kompliziert. Dafür gibt es ja auch die anderen Videos, in denen ich es erkläre. Aber wenn man das auf Standard setzt, quasi dieses Shaping, was ich hier, das stand ja da auch als Begriff, dann macht man eigentlich nie einen großen Fehler, also im Vergleich zum Wettmarkt. Also man hat dann weniger Indikationen für gute Wetten. Aufgrund der Spielstärke, also Berechnungsgrundlagen, aufgrund der Spielstärke, welche man am Ende der Initialisierung speichert, ergeben sich für alle anstehenden Spiele meist schon recht gute Torerwartungen für die einzelnen Paarungen. Also er verrechnet die, das ist eben nochmal mit Heim auswärts auch nochmal getrennt, was ja da alles steht, dass wenn man das geschapt hat, dann ist das halt alles gleich verteilt und richtig. Aber dann rechnet er halt deren Torerwartungen mit deren, verrechnet er zu Torerwartungen für das Spiel. Und diese Torerwartungen werden per gar nicht so schlichter, da von den jeweiligen Zwischenergebnissen abhängig sei. Also innerhalb der Simulation achtet er auf den Spielstand und passt daraufhin ein bisschen die Erwartung an, was eben realistisch ist. Aber das will ich ja nicht hier jetzt genau erklären. Ich will bloß sagen, das einfach so simulieren ist nicht, dass das jetzt jeder gleich könnte. Das wird also per Simulation in Ausgangswahrscheinlichkeiten, Ausgangswahrscheinlichkeiten, das heißt also, wie endet das Spiel umgerechnet. Hier können alle am Wettmarkt gängigen Wettarten mitberechnet werden. Also wenn ihr wissen wollt, nachher Over und die Mannschaft gewinnt oder sowas, dann habe ich das zwar jetzt nicht mitgezählt im Moment, aber wenn da eine Nachfrage ist, dann ist es überhaupt kein Problem, die Wettart mitzuzählen. Dann müsst ihr sagen, das wollen wir haben, es ist überhaupt kein Problem für mich, das mitzuzählen, dann können wir das in den Wettmarktauswahl einblenden und dann könnt ihr das, dann kann das Tool das berechnen und dann kann man halt das auch am Wettmarkt vergleichen. Sofern man die einzelnen Fragestellungen während der Simulation, die ich zehntausendfach hier durchführe, beantwortet und die Werte mitführt, die gefragt sind. Also genau das, was ich eben gesagt habe. Das heißt, alle Quoten sind dann auch aufeinander abgestimmt. Also er zählt es ja in der zehntausendfachen Simulation, zählt da einfach alles mit und dann stimmt sowohl das Over-Under, wer erzielt das erste Tor, wer gewinnt das Spiel, also er hat das Handicap-Ergebniswert und Halbzeit-Endstand, alle Märkte, die es gibt, both teams to score und so weiter. Wir hatten dann Sprung der gleichen Basis, der gleichen Simulation und passen logisch einwandfrei zusammen. Also das ist eben sehr wichtig. Das Update der Parameter, das ist halt jetzt noch ein wichtiges Prinzip, was wir für die Funktionsweise sozusagen verstehen sollten. Jedes Spiel wird also voraustragend so bewertet mit den berechnenden Torerwartungen und Wahrscheinlichkeiten. Das in der Realität erzielte Ergebnis wird in den allerseltensten Fällen eigentlich nie, denn die tatsächlichen Ergebnisse sind immer natürliche Zahlen, während die Erwartungen immer rationale Zahlen sind. Also man kann ja nicht 2,1 Tore erzielen so mit der Erwartung übereinstimmen. Das heißt, es wird immer eine Abweichung geben eigentlich. Die Differenz zwischen Erwartung und Ergebnis gibt das maximale Potenzial an, mit welchem man die Spielstärke der beiden Teams anpassen kann. Wenn also eine Mannschaft wie Bayern München jetzt 3 zu 1 erwartet hat und 1 zu 2 verliert gegen Mainz, dann hat zwar Mainz ja auch ein Tor zu viel, Bayern 2 zu wenig geschossen. Dann hat man praktisch diese Abweichung zwischen den erwarteten und erzielten Toren als maximales Potenzial für die Anpassung der Spielstärke. Der Update-Faktor vom Benutzer ist der einstellbar, aber am Standard bei 30 liegen, steuern, wie sehr ein aktuelles, reales Ergebnis die Spielstärke ändern soll. Der Wert 30 bedeutet, vom maximalen Potenzial wird ein Dreißigstel genommen. Das heißt also, ich könnte auch statt 30 ein Dreißigstel hinschreiben. Ihr könnt den Wert verschieben, wenn ihr das Tool habt. Also ihr könnt es ja auch sehen, wenn ich das vorführe. Und dann wird ein Dreißigstel. Also wenn Bayern jetzt sozusagen 2 Tore zu wenig geschossen hat, dann nehme ich ein Dreißigstel dieser 2 Tore, also 0,07 ungefähr. Und das ziehe ich ihnen als Torerwartung ab. Also sprich, sie haben ja nicht so viele Tore geschossen, was soll ich daraus schließen? Wahrscheinlich sind sie nicht ganz so gut, wie ich dachte. Und das gilt natürlich für jedes Spiel dann. Insgesamt werden also vier Werte verändert in den Spielstärken pro Mannschaft 2. Also immer für, gegen. Sie haben zu viel geschossen, zu wenig kassiert. Die anderen haben zu wenig geschossen, zu viel kassiert. Und dann wird das bei jeder Mannschaft zweimal abgezogen. Leider wird es aber eben auch noch auf heim und auswärts angerechnet. Das macht es natürlich ein bisschen kompliziert, aber ich muss eben das heim- und auswärts nochmal differenziert betrachten, weil eben die Spielstärken sich eben nicht nur eine Gesamtspielstärke, sondern quasi auch, dass die Heim- oder Auswärtsspielstärke dieser oder jener Mannschaft angepasst werden muss oder wird mit der Veränderung der Werte angepasst. So, alle Werte entwickeln sich ständig, die Entwicklung der Werte, also alle Werte entwickeln sich also ständig mit jedem weiteren real eintretenden Ergebnis. Die Spielstärken der Teams werden mit jedem Ergebnis individuell angepasst. Der Toreschnitt der Liga ändert sich ebenfalls mit jedem neuen Ergebnis. Ganz klar, wenn es 2-1 ausgeht, haben wir drei Tore, passt ziemlich genau. Wenn es 0-0 ausgeht, ist ja deutlich unter 3, dann geht der Toreschnitt halt ein bisschen runter, weil er für die beiden Mannschaften runtergeht. Damit geht er auch in der Summe runter. Also, beziehungsweise, ja, jetzt kommen wir ja auf die verschiedenen Ausprägungen, die wir haben von den Werten. Selbst wenn nur Nuancen, alle Werte befinden sich im ständigen Fluss. Immer von den Ergebnissen wird alles angepasst und verändert. Das betrifft natürlich sowohl die Erwartungen, mit welchen wir die zukünftigen Spiele bewerten wollen, als auch die konkreten und tatsächlich erspielten Werte. Zudem haben wir für alle vergangenen Spiele die für diese Spiele berechneten Werte in der Erwartung. Wir haben also zunächst drei miteinander ständig zu vergleichende Werte. Und die drei ständig zu vergleichenden Werte sind folgende. Sowohl für den Heimvorteil als auch für den Toreschnitt, sowie im Grunde auch für den Remis-Faktor, den ich aber jetzt hier mal nicht konkret und speziell betrachte. Aber den können wir immer mit beobachten. Das habe ich jetzt hier auch nicht im Ausdruck. Aber da sieht man immer, wie viele Remisen haben wir erwartet, wie viele sind eingetroffen. Im Moment macht das Tool da eine ziemlich gute Arbeit. Aber da sollte man eben dann auch gelegentlich mal diese Gesamtstatistiken angucken, wie viele Unentschieden haben wir erwartet, wie viele sind gekommen. Das ist halt ein sehr empfindlicher Wert, den ich jetzt aber eben, obwohl ich schon lange drüber geredet habe, nicht besprechen wollte. Es gibt den einen Wert, welcher die Erwartung aus den bisher gespielten Spielen widerspiegelt. Wieder ein Druckfehler. Es gibt einen realen Wert, welcher eingetreten ist. Und es gibt den einen Wert, welcher aus den aktuellen Teambewertungen, den Spielbewerten, die Erwartungen für die zukünftigen Spiele angibt. Um ein Beispiel zu nennen und an dem kann ich das dann euch halt demonstrieren. Ich habe das heute gerade jetzt gemacht, am 14.12. Zeichne mal auf, wann ihr anguckt, weiß ich nicht. Jetzt habe ich eben Spiele gesamt, Tore gesamt für, gegen, was also dann den Heimvorteil, also aus Sicht der Heimmannschaften. Und also erzielt 170 Spiele gesamt habe ich erwartet und sind auch gespielt worden. Das heißt nur, dass ich alle bewertet habe. Also wenn ich hier die Zahl mit ausgebe, dann will ich nur sehen, ob ich vielleicht eins vergessen habe, überhaupt zu berechnen. Also das hat er aber nicht. 523 Tore sind gefallen, 512,4 habe ich erwartet. Da sehe ich jetzt schon mal, dass ich also einen kleinen Fehler habe. In Italien fallen noch mehr Tore, als ich dachte. Jeder sieht das vielleicht jetzt in den Spielen. Und das ist eben, naja, soll ich jetzt sagen, da muss ich anpassen oder soll ich das Tool das machen? Dann ist es Zufall oder was hat es mir zu sagen? Bloß ich sollte es immer im Auge behalten. Und wichtig ist es mir zu verstehen, dass ja der, mit jedem Ergebnis wird ja, werden ja alle Werte auch angepasst. Also das heißt, wenn da zu viele Tore kommen, dann zieht der immer ein bisschen nach und sagt, ja wahrscheinlich muss ich doch ein bisschen mehr erwarten. Und das wird halt so lange sein, bis sie dann doch wieder runtergehen. Und dann sagt er, oh, habe ich doch ein bisschen viel erwartet. Also falls es mal so kommen sollte. Also er versucht eben ständig, das auch auszubalancieren. Und das sieht man halt hier teilweise auch in diesen Werten. Also wie gesagt, die Heimannschaften haben 286 Tore erzielt. Das war jetzt für mich ein schwer zu bestimmender Wert, weil wir ja diese Corona-Zuschaulosigkeit, jetzt kehrt sie vielleicht wieder ein oder weniger Zuschauer und so weiter. Aber dass es jetzt nicht so perfekt zu bewerten war. Aber die Abweichung ist natürlich auch nicht groß. Also die Heimannschaften haben halt diese 13 Tore zu viel. Die Auswahlsmannschaften haben zwei, drei Tore zu wenig geschossen. Da kann man auch sagen, ja hier war mal ein Abseits, da wurde eins aberkannt. Hier waren Elfmeter nicht gegeben oder was weiß ich. Also sprich, drei Tore sind jetzt auch nicht viel. Natürlich die 13 sind ein bisschen mehr. Also 3,08 Tore sind gefallen. 3,01 hatte ich erwartet. Der aktuell gespeicherte, dazu kommen wir gleich, der Heimvorteil ist, er spielt bei 1,094. Den hatte ich nur erwartet, 1,063. Wie gesagt, da war also, er zieht das natürlich dann nach und versucht dann dahin zu kommen. Das sieht man eben jetzt auch hier unten. Aber für die bisherigen Spiele war er eben ein bisschen zu niedrig. Das ist natürlich dann auch ein ganz bisschen kritisch zu sehen. Wir haben es ja hier schon besprochen, die haben zu viel geschossen und zu wenig kassiert. Also beide Werte sind so ein bisschen pro Heimmannschaften ausgefallen. Der aktuell gespeicherte Wert aus den Teamstärken, die jetzt gespeichert sind, ist nur 3,0. Da kann man fragen, ja warum eigentlich? Der Heimvorteil, aber da sieht man, dass das gut angepasst hat halt. Dass er eben von den 0, 1,063. Aber er hat es dann eben hochgesetzt in Richtung des aktuell eintretenden Wertes. Das heißt also, er würde jetzt von 1,091 ausgehen, was ja sehr nah am erspielten Wert liegt und über der bisherigen Erwartung. Und das sieht für mich dann sehr realistisch aus. Und warum die 3,0 hier steht, habe ich jetzt auch kurz gerätselt. Aber es liegt wohl daran, also vor der Saison war er ungefähr in der Größenordnung eingestellt. Aber jetzt waren am letzten Spieltag nur in Anführungszeichen 28 Tore. Dann kann es also sein, dass er das so ganz bisschen dann wieder runtersetzt. Also quasi, weil jetzt haben wir ja einen aktuellen Spieltag, wo zu wenig Tore waren. Dann setzt das halt ein bisschen runter. Aber nächstes Mal wieder 34 haben, dann ist er vielleicht bei 3,04 oder sowas oder 3,05. Also sprich, das wird eben dann ständig, wie ich jetzt schon sagte, nachgezogen und angepasst. So, und dies ist natürlich auch jetzt wichtig für jeden zu verstehen, dass man eben auf diese Werte gucken sollte. Und natürlich wünsche ich mir das jetzt von Anfang an, dass das so noch ausgegeben wird im Tool. Ihr müsst es im Moment noch ein bisschen zusammensuchen. Also ich habe es auch einfach nur per Copy-Paste hier raus. Also die Werte stehen schon da. Aber das will ich jetzt nicht in der Demonstration noch machen, sondern hier wollte ich das nur mal so ein bisschen theoretisch erklärt haben. und natürlich damit auch deutlich machen, dass das Tool hier schon also eine ziemlich gute Arbeit leistet und dass ihr allen Grund hättet, natürlich auch euch da den Zugang zu sichern. So, jetzt bin ich erstmal raus und danke vielmals. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020